Willkommen zu einem neuen Video und dieses Spiel heißt Before Your Eyes. Wurde mir auch des öfteren empfohlen, soll sehr traurig sein und tatsächlich wird gleich eine Kamera auf mein Gesicht zugreifen und auf meine Augen. Das wird sehr spannend, weil ich blinzel sehr oft und ich würde sagen, lassen wir uns mal auf eine wunderschöne Reise ein, die wahrscheinlich sehr emotional wird. Meine liebe Community ist gerade auch wieder im Chat und macht Party und sagt euch allen Hallo. Kommt gerne auf www.twitch.tv slash unterstrich live vorbei. Würde mich sehr freuen und lasst mir gerne ein Abo auf diesen Kanal da und einen Daumen nach oben und folgt mir auch gerne auf Instagram, Jasmin Gnu. So, genug gewollt. Ich würde sagen, wir gehen los. So, Webcam-Feed auf Bildschirm aktivieren. Achso, ich kann es auch hier aktivieren und das brauchen wir nicht. Ich habe meine Webcam an. So, neues Spiel. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, okay. So, solange deine Kamera aktiviert ist, erfasst und erfolgt das Spiel Daten, wenn du blinzelst und dein Spielerlebnis zu verbessern. Diese Daten werden in keiner Weise gespeichert, weitergeleitet oder aufgenommen. Das Spiel verwendet sie lediglich dazu, deine Augenerkennungseinstellung lokal festzuhalten, indem du deine Kamera aktivierst. Stimmst du dieser Verwendung zu. Falls du keine Kamera hast oder deine Kamera nicht aktivieren möchtest, ist das Spiel auch ohne Anerkennung spielbar. In diesem Fall kannst du die Augenerkennung nach dieser Kalibrierungsszene in den Einstellungen wieder deaktivieren. Okay. Ist, ja, ne, ich trage keine Brille. Achte darauf, dass dein Gesicht gleichmäßig beleuchtet und deine Augen sichtbar sind. Das ist beides der Fall. Okay, es funktioniert. Okay. Super. Funktioniere den Knopf so, dass der Kasten grün bleibt. Achso, der passt doch. Der Kreis darunter sollte, ist sich immer, ja. Hier auf dem Bildschirm Blinzel ein paar Mal während. Wie gut wurde dein Blinzel alles erkannt? Ja, let's go rein da in den Stüssel, Leute. Cool. Oh, wow. Bei diesem Spiel geht es ums Blinzeln. Denn jedes Mal, wenn du blinzelst, wird das vom Spiel registriert. Siehst du, es funktioniert. Versuche auf dem weißen Symbol zu blinzeln. Das ist ja witzig. Wenn du ein Metronom siehst und blinzelst, bringt die Geschichte, dann bringt das die Geschichte vorwärts. Blinzle weiter. Achso, ich kann da jetzt hin. Oh, da ist ja was. Äh. Hilf, ich ertrinke. Ich habe zu weit runtergeblinzelt. Schwirt ab, ihr Mistvögel. Die gehören mir. Ich habe zu finden. Oh, mein Gott. Ich war... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und was du so von Tränen bist. Ach, ich grieche und schifuze. Ich bedenkeinein von deinem Namen, aber ohne Hände, keine Lungen auszunutzen. Jetzt habe ich aber nicht die Hände, dass zu spüren, oder keine Hände auszunutzen. Oder Nose zu schiunst. Wir werden also 주는 Einfachen. Ach, witzig. Das ist witzig gemacht, war süß. Oh. Für mein Urteil? Okay. Mein, mein sagen die. Was ist denn das? Wo bin ich denn hier gelandet? Okay. Okay. Oh Gott. Okay. Oh Gott, das wird bestimmt traurig. Oh, was? Okay. Okay. Okay, 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 okay. Also. Okay, ich habe keine Angst und versuche nicht dagegen anzukämpfen. Okay, ganz kurz, ich vergiss nicht, dass es sich beim Blinken nur um eine Frage der Zeit handelt. Ja, das stimmt. So, ich habe geblinzelt. Bevor ihr Eis. Okay. Oh Gott, Hilfe. Ich steuere das Game mit meinen Augen. Also, ganz kurz bevor ich blindel. Ähm. 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 Vergangenheit wahrscheinlich gleich und immer wenn ich blinze, verschwinde ich aus der Zeit. Das heißt, ich versuche mal nicht so viel zu blinzeln. So. So, jetzt bin wir... Wenn ich jetzt blinzele, bin ich schon weg. Okay. Ja, ich bleibe jetzt hier. Hier ist es schön. Okay, wahrscheinlich meine Mutter, oder? Meine Freundin? Okay. Soll das heißen, das Leben vergeht wie ein Augenschlag? Kann auch nicht... Oh Gott, das sind bestimmt meine Schüchen. Okay. Ich darf hier so viel blinzeln, wie ich will. Okay. Das sind wahrscheinlich schöne Erinnerungen. Ich habe nicht geblinzelt. Ich glaube eher, das ist meine Freundin, oder? Da, die Möwe hat es. Die Möwe! Wahrscheinlich ist es, die Zeit vergeht wie im Augenschlauch. Du bist ja wieder geblinzelt. Go ahead, kid. Look at that. There's your little hand. Oh. Ich bin ein Kind. Ich bin doch ein Kind. Ich bin doch ein kleines Kind. Das war meine Mama. Ey, das ist so cool. Januar. Oh, ich bleib mal hier. Hier gefällt es mir. Okay, ich muss blinzeln. Das Schiff geht richtig steil. Ich kann das leiten. Ach, wie witzig. Ich mag das Geräusch. Okay, blinzeln. Kann nicht mehr. Look at his little face. What do you think he's thinking about? I don't know. Probably solving the problems of the universe. So, do you think he's going to be smart? Natürlich. I don't see why not. I mean, we're both pretty smart. Ich erlebe jetzt wahrscheinlich gerade als Kleinkind die ganze schöne Zeit, die ich mit meinen Eltern hatte. Mein Klavierspiel, oder? Ihr Klavierspiel. Werfen, Thro. Warum sollte ich? Oh, jetzt ist sie traurig, weil sie es nicht geschafft hat. Scrap. Ach, witzig. Jetzt gucken wir sie aufrufen an, als sie klein war. Er hat ein richtig geiles Leben als kleines Kind hier gerade. Aber es heißt ja wirklich, dadurch, dass ja auch der Seemann, der uns gerade aus dem Meer gefischt hat, die ganzen Seelen dort sind, dass wir wahrscheinlich als kleines Baby gestorben sind, oder? Weil ich kann ja nichts außer blinken. Also er hat ja gesagt, ich kann ihm nicht die Hände geben, ich kann nur blinken. Ob ich mit Blink blinken, kann ich dann auch nicht sprechen? Also was ist mit mir, ist die Frage. Ich würde das gerne noch sehen. Ich muss blinzeln. Ich muss blinzeln. Oh, ich muss blinzeln. Sorry. Okay, Benny. Are you ready to see something really special? I just... Richard! Das ist the cutest thing I've ever seen! Oh mein Gott! What's wrong with that? We can't keep him. Can we? I mean, I'm pretty much definitely allergic, so no, right? No. We'll find someone to take him. Okay. Okay. Well, he's here. I say we call him Ernie. Little Ernie. Fits him, doesn't it? Oh, he's so cute. He's so sweet. Die arme Katze. Oh Gott. Meine Augen, sorry. Oh, sie ist allergisch. Oh nein. Ich pette die mal. Ja. Sie liest immer noch, weil die Katze da ist. So witzig. Oh, meine Augen. She was in Grad School studying Composition. I never met anyone like her. I just prayed to God I could somehow keep up. I'm cheaper than hiring movers. Trust me. Oh, süß. I think she liked that I was a professor. Gave me a certain gravitas in her eyes, you know. Which I very quickly lost. Oh, warum? Ich find's cool, dass man... Also eigentlich find ich's voll schade, dass wir heutzutage keine oder viele nicht mehr Fotobücher anlegen, Fotoalben. Wenn man überlegt, wie viele Fotoalben man früher hat und wie schön es für mich ist, als kleines Kind von mir Kindesfotos anzuschauen, Kinderfotos anzuschauen, wie ich klein war, hat man jetzt Tausende von Fotos auf seinen iPhone, die dort für immer verschimmeln und man die niemals ausdruckt und die ganzen Erinnerungen irgendwann deswegen verloren gehen. Jede Festplatte wird irgendwann mal kaputt gehen. Oh, ich hab geblinzelt. Mann! Gar nicht bemerkt. Irgendwie so schiss, dass jetzt gleich was ganz Trauriges passiert. Sie bauen jetzt schon so die übelste Bindung auf und da wird jetzt gleich was ganz Schlimmes passieren. Also, ich hol mein Album immer mal wieder mindestens einmal im Jahr raus. Und vor allem, da hast du ja auch die Bilder, die du wirklich toll findest und nicht eine Million Bilder, die du irgendwie durchklebst. Okay, kann ich jetzt... Das ist mein Stück. Wie hast du das gefunden, wie das spielen? Richard? Are you hearing this? What? He's playing my piece. He must have figured it out by ear. I mean, I was a gifted kid, but he's brilliant. Okay. Die Katze ist doch geblieben. Oh God, I have my interview in five minutes and I completely forgot to feed him. Die Katze blieb. Oh, es ist die Wolle. Manchmal ist die Katze süß. Oh, die Katze ist groß geworden. Das wird auch immer besser, meine Zeichnung. Ich werde älter. Oh nein. Du bist der Teufel. Das wird immer besser. Was süß. Wie alt bin ich denn jetzt? Ich werde immer älter. Das ist ein Metronome. Das ist ein Metronome. Wir benutzen es zu measureen, so wir nicht geteilt in die Musik. Ich will, Sie zu starten benutzen, bevor Grandpa kommt zu Besuch. You know, my father once told me, when I was about your age, the only way to fight against time is to create a work of genius, which might live on after you're gone. Hmm. Ah, guck mal, so groß bin ich schon geworden. Das ist mein Großvater. Ah, nee, es ist sie. Das ist sie. Das ist sie. Okay. Ich glaube, dass das Spiel uns sagen möchte, das Leben vergeht wie ein Augenschlag. Okay, was ist das jetzt hier? Das sieht aber nicht mehr so schön aus. Klingelt einfach nur das Telefon. Gehe ich da hin oder bilde ich mir das ein? Ich habe noch nie mitbekommen, dass man das so macht. Nee. Nö, kann ich nicht. Hier geht's, Junge. Okay, jetzt behalte ein starkes Grip an es. Just like that. Oh my. Well, ich glaube, dass du das so magst, Pal. Sorry, Junge. Turn around, El. So we can photograph you. Boah, zu spät. Die ist ganz schön beschäftigt, ne? Ah, jetzt mache ich Fotos. Süß. Oh nein, Ernie ist weg, Leute. Oder war das ich? Nee, die Katze, ne? Oh Gott, Ernie ist schwanger. Oh mein Gott. Fünf Babys. Ach, guck mal, wie sich alles ändert, umso älter ich werde. Und dann immer wieder diese Erinnerung. Nachts in der Küche. Immer diese dunklen Erinnerungen. Was ist denn das für ein Geräusch? Was ist denn das? Als würde irgendein Hund was fressen. Oh, oh. Für die dunklen Erinnerungen. Oh, Halloween. Oh, Halloween. Oh, Halloween. Toll. Boah, ich werde richtig gut, ey. Oh, schön. Ich frage mich aber gerade. Ups. Ich habe nur sechs. Oh, what's wrong with that? I mean, everything is wrong with that. Ähm, ich habe nur sechs geschrieben. Mir ist eingefallen. Mir wurde ja gesagt, ich habe keine Hände mehr und ich bin ja Klavierspieler. Vielleicht gibt es da noch irgendein schlimmes, dramatisches Ende. Wende. Give away. Oh nein. Wenn ich nicht mehr damit spielen, muss ich meine Sachen weggeben. Ich werde jetzt erwachsen. Schaut mal, ich wachse ran. Da ist die Mädchen. Na, aber immer doch. Wie süß. Ist aber voll die schöne Gegend, in der ich wohne. Hallo, Girl. Weil ich einfach hier habe. Wenn du wirklich eine Fotos mit etwas cooles dann solltest du eine Fotos von diesem. Das ist Cringe. Lass das. Oh, ich habe eine Freundin. Und ich muss blinzeln. Sorry. Keine Zeit, ich muss blinzeln. Okay, jetzt muss ich vor allen spielen. Boah, jetzt gehe ich ja richtig steil. Boah. Habe ich geübt. Da ran. Das solltet ihr lernen, Leute. Kümmern euch weniger um euer Aussehen. Lernt sowas. Übel geil. Boah. Ist so cool, wenn man sowas kann. So checkt man sich Leute ab. Ha. 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 Hey, du. Oh. Hallo. Oh, ein Liebesbrief. Wir sind in derselben Klasse. Was ein Zufall. Bitte denkt daran, dass wir uns in der Schule nicht kennen. Rede nicht mit mir. Niemals. Alles liebe Chloe. Dumme Kuh. Wer sich an seine Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Deswegen muss ich das gerade machen, oder? Tell me. What did the quote say? Um. Right. I definitely know this. You were taking notes. Weren't you, Chloe? Oh, yes. Of course. Flüstere die Antwort zu. Das ist aber ganz schön schlau, der Spruch, weil die, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern, machen auch immer wieder die gleichen Fehler und lernen nicht draus. Oh, Kontrolle. Ich bin elf. Ich bin erst elf. Ich dachte, ich bin schon 16, 17. Krass. Eine neue Herausforderung erscheint. Endlich sind deine Lieblings-Konstos aus Playscape kampfbereit. Okay. Ich bin elf und zocker. Geil. Oh, meine Freundin, mit der spiele ich jetzt süß. Ach, das war meine Kindheit, Leute. Wir sitzen zusammen in der Geschichte-Klasse. Ich weiß nicht, was ich ohne den alten Benny. Sehr süß. Wie cool, dass die zocken, süß. Oh, Violine. Ah, okay, jetzt kann ich quasi in einer talentierten Musik, ne? Aber sie drängt mich schon so ein bisschen in ihre Fußstapfen, ne? Ui. Du hast aber auch schon lange keine Freude mehr gesehen. Oh, not to worry. If he's as gifted as you say he is, shyness is no problem. Why don't you two come back closer to the end of the year for an audition? Ende des Jahres. Okay. Ich bewerbe mich jetzt, glaube ich, für so eine Musikschule, für talentierte und begabte. Und er gibt mir jetzt ein paar Musiktitel, die ich lernen muss bis dahin. Von Bach. Oh Gott, ey. Nur kein Druck. Willst du mich nicht so ein bisschen in ihre Fußstapfen reindrücken? Oder sehe ich das falsch? Ja, ich habe nämlich keinen Bock drauf. Ja, sie drängt mich so ein bisschen. Soll ich es schmeißen? Ich weiß nicht. Ja. Okay. Days until audition 30. Ich muss, also es ist schon so ein bisschen, dass sie mich ihren Traum leben lässt, ne? Es gibt es ja öfter mal auch gerade in Amerika, wenn ich mir diese komischen Schönheitsbewerbe anschaue mit den kleinen jungen Mädels, wo Eltern irgendwie versuchen, ihre Kinder auf Krampf berühmt zu machen und Träume zu leben, die sie selber nicht gelebt haben, immer sehr schwierig. Oh Gott, jetzt muss ich das lernen. Don't answer that, Ben. You can talk to your friend after you practice. Ich will aber jetzt. Oh, ich darf nicht, ne? Oh, jetzt muss ich meine Freundin ignorieren. Guck mal, jetzt sieht man schon, dass ich meine ganzen Freunde für dieses Hobby vernachlässige. Oh, je. Oh, oh. Sorry. Oh, jetzt streiten sich die Eltern. Ach shit, jetzt habe ich weggemacht, geblinzelt. Anubis in the presence of Maat, who you remember is the goddess of truth and justice, would weigh the deceased soul against the feather, determining whether it was worthy of entering into her land of the dead. And what if they are deemed unworthy? Well, you can see that ugly furball under the scale. Hey, Mr. Kidd. Look at it. Hä? Ein seltsamer Nachbarsmütchen. Ich bin wieder geschrieben. Heute Nacht, wenn mein Papa schläft, schleiche ich aus dem Haus und übernachte am Strand. Wenn du mitkommen möchtest, zeichne mir ein Bild von Herrn Isaac mit Verstopfung. Alles Liebe, seltsame Nachbarsmütchen. Auf jeden Fall. Ja? Ich möchte da gerne mitmachen. Oh, oh, der host ist es jetzt, oder? Okay, geil, das mache ich. Ich gehe jetzt mit ihr ans Strand, habe ihn mit Verstopfung malen müssen und chill mit ihrem Strand. Wir schleichen uns heute Nacht raus. Genug Klavier gespielt. Und ich muss schon wieder. Nur noch einen Tag. Okay, die streiten sich gerade schon, die Eltern leider, weil der Vater sagt, lass ihn Leben und Freunde haben. Sie sagt, nein, er hat eine Chance, er muss jetzt Klavier spielen. Oh, oh, don't feel that. Und vor allem auch dieses Druckgemache mit dieser Kacktafel da von meinem Gesicht. Nur noch einen Tag. Macht es halt nicht besser, finde ich. So, jetzt kann ich mich nachts rausschleichen, oder? Boah, Mom, ey. Die komische Kugel in meiner Lava-Lampe macht mir Angst. Die wiggelt. Denny, Mom sagt, turn the lights off. Not Mom, so you say. Denny. Oh Gott, ich sehe schon, das wird nicht gut enden. Sneak out oder versuch zu schlafen. Ich will Spaß haben. Wow, didn't think you'd actually pick up. I'm a sticky for a baby. I apologize. Okay, so meet me out in the alley in T-Now, okay? Chloe, out. Ja, Spaß. Was schön. Hier können wir auch gut schlafen. You know, I'm really glad you're here. There's something I've been meaning to talk to you about. Oh, ja? Or to get off my chest. Okay. I don't think Conxers is actually a really good game. My cousin Yoon, he was in town this weekend, and he was explaining how it's actually a rip-off of a really good Japanese game. He calls it a cash grab. So, I'm sorry that I made you like it, because it's actually a terrible game. Gucken, was wir hier erstellen können. But I also think that if it was a really good game, maybe we wouldn't have enjoyed playing it as much. Man, wir schlafen hier ja auch sehr ultra cute. So, focus on how good it was, and not the feelings we had while we were playing. Was schreibe ich denn da eigentlich an den Himmel? Like, my favorite vegetable is the tomato. But you didn't think that that was the grossest ever. And you're probably the least popular boy in the school. But I also like hanging out with me the most. Which was also something I wanted to talk to you about. I like hanging out with you a lot. Which is weird, because after what happened with my mom, I never like hanging out with anyone. Oh, süß. So, this has been a big surprise for me this year. In a lot of ways. I think I like that you let me talk. My cousin never let's talk. Blinz, Blinzelsaurus Rex, weil ich nicht blinzle. Oh shit, ich musste blinzeln. Oh, Gott, meine Augen. Oh je, die weiß. Oh je. Kacke, jetzt wird mir schon schwindelig, weil ich krank bin. Oh nein. Oh Gott, kacke. Oh, under pressure. Aber es sind nur zwei Zuschauer, dann ist es egal, wenn ich mich blamier. Oh, wie unangenehm muss das sein. Okay. Oh, oh, mir geht's nicht gut. Passiert das auch, wenn man nicht rausgeht? Oh Gott, passiert das auch, wenn ich nicht rausgehe? Wahrscheinlich schon, ne? So, Benjamin. Warum planen wir nicht, dich nächstes Jahr wieder zurückzunehmen, um ein bisschen mehr Zeit zu prämpfen? Ja? Wie du weißt, Burton ist nicht der richtige Fett für jeden Studenten. Boah, hart. Aber Leute, so Rückschläge braucht man auch im Leben. Boah, harte Aussage. Okay. Oh, oh, was hab ich? Oh nein. Bin ich jetzt krank und hab mein ganzes Leben mit Klavierspielen wegen meiner Mutter verbracht, mein Leben nicht gelebt? Oh, oh. Ja, immerhin hat die Mutter reflektiert, das stimmt. Ich hab irgendwas Schlimmes, glaub ich. Wie alt bin ich denn überhaupt gerade? Oh, ist mein Rucksack. Ich bin wieder am Strand allein. Ich fliege im Bett, ich bin irgendwie krank. Oh, ich hab voll viel Preise, kann ich ja schon voll viel Musikpreise bekommen. Giveaway. Was soll das? Oh, ich kann mal wieder Kind sein. Yay. Wie süß ich mich freue, das wieder zu spielen. Das ist lieb. Guck mal, jetzt versuch ich direkt das nächste und ich zeichne wieder. Direkt das nächste. So, jetzt hat's mit der Musik nicht geschafft, wird direkt gezeichnet. Boah, wird richtig gut. Guck mal. Seitdem ich krank geworden bin, mach ich nur noch Kunst. Also direkt nächstes. Hast mich sogar aufgehängt. Yay, erster Platz. Look at this. Danke. Bin ich wieder gesund? Hier, Kunsthochschule Bewerbung. Frage 3. Beschreiben Sie in zwei kurzen Abschnitten, warum Sie einen künstlerischen Beruf wollen. Ey, ich wollte das kurz machen. Das musste ich in meinem Studiumgang auch immer machen. Artists. Oh, wie geil kann ich denn mittlerweile malen? Oh, Aktzeichnen musste ich auch immer machen. Ach, witzig. Guck mal, das verändert sich auch, je nachdem. Witzig. Voll süß, das Spiel. Ist einfach geil. Boah, ich bin richtig begabt, ne? Herrlich. Wie ich direkt was Neues finde. Aber das Spiel zeigt einen, wenn eine Sache scheitert, nicht aufgeben. Direkt die nächste machen. Er hat nämlich mehr Talente als Neues. Und hat nämlich mehr Talente als Neues. Danke, danke. Oh, wow, es wird sogar ausgestellt. Läuft der richtig bei mir? Boah, das sieht cool aus. Das sieht geil aus, das Bild. Ja. Ja, Mama. Sei mal stolz auf mich. Damit ich keinen anderen Künstler nehme und, äh, Künstlermaster. Oh, ich bin trotzdem hingegangen zu ihr, ne? Sie macht Pop-Art, oder? Vertrag unterschreiben. Vertrag zerstückeln. Oh Gott, also er hat mir gesagt, ich soll nicht hingehen. Und soll es zerstückeln. Ich habe nicht zugehört. Das ist halt die Frage. Will er nur nicht, dass ich einen anderen Künstler-Mentor habe? Oder ist er eifersüchtig oder warnt er mich? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Das ist jetzt schwierig. Vertrag unterschreiben, oder? Grumble oder Vertrag unterschreiben. Man muss halt Chancen auch annehmen und man lernt ja draus. Ich hoffe, ich habe den Vertrag gelesen. So, ganz künstlerisch einfach über den Vertrag draufknödeln. Okay. Wie alt bin ich denn jetzt eigentlich, Mom? Oh, das ist gut. Also, jetzt, dass du es geschafft hast, sag mir, was du mit dem tun kannst? Ich weiß nicht. Besonders, brenn mir fancy Dinners wie das jeden Tag, natürlich. Das ist schon cool. Das ist Kunst. Leute. Oh, schön. Das ist wirklich schön. Oh. Oh, oh. Nachts. Oh nein, ich habe geblinzelt. Okay, ich habe wieder eine neue Kunstausstellung. Oh, oh. Answer anyway. Nein, ich wollte antworten. Ich habe meine Mutter nicht geantwortet. Oh, meine Mutter ist krank. Wie geil ich lebe, wie sie mein Luxus hier Standard besser bekommt. Oh nein, ich hätte sie zurückrufen sollen. Kacke. Oh nein, sie ist tot. Mich. Nein. Und ich habe den Call nicht geantwortet. Ich bin so ein Schwein. Oh Gott, Mom. Oh je. Das ist meine Erinnerung an meine Mutter. Naja, hey, ich traue. Kann ja sein, dass ich weinen muss. Das macht man aber eigentlich nicht. Dass man mich hier so unter Druck setzt. Time is ticking. Jetzt male ich meine Mutter. Hey, Honey. Guess who's calling. Again. Look. You know, I talked to big, important people. People who could change your life. Ups. Jetzt kommt wieder die eine, deren Vertrag ich unterschrieben habe. Hey. Benny. Guess who's calling. Well, here's the call. We're finished. We're done so kaputt. Weil ich mich nicht mehr melde. Hey, Bee. Just calling to tell you. I think I'm selling the house. Oh. She's everywhere here, son. I can't move without bumping into her. And I just find myself breaking down again. Man hätte, man, hätte man antworten müssen. Ich wäre trotzdem gestorben. Aber ich glaube, das Spiel sagt uns halt, ich habe mich für die Karriere entschieden. Ich bin ja nicht nach Hause zu meiner Mutter. Ich habe das Telefon nicht abgehoben. Und jetzt, wo ich zum Beispiel halt in Trauer bin, hat mir ja direkt die Frau, der einen Vertrag ich unterschrieben habe, für die ganzen Museen und künstlerischen Sachen, hat ja sofort mit mir jetzt den Vertrag gekündigt, weil ich keine Kohle mehr bringe. Also ich habe mich auf Menschen eingelassen, die einen Scheiß auf mich geben. Keep. Keep. Ich schmeiß nichts weg. Keep. Der Vater zieht es von zu Hause aus, weil er sagt, er trägt es nicht mehr, weil alles erinnert es wie an Mama. Oh. Oh. Das wollte ich so aber gar nicht malen. Look. Ich sehe da ehrlich gesagt, ach so, doch da, ich sehe sie ja. Oh, da ist jetzt meine Ausstellung. Hier, was steht hier? Der vergehende Tag, inspiriert von einem Musikstück seiner verstorbenen Mutter, der Komponistin Ella Fishman. Mit der Schaffung dieses Werks drückte Bring die Arbeit seiner Mutter, die zu Lebzeiten... Schnauze! Da ist ja wieder meine Nachbarin. Also im Prinzip habe ich jetzt durch mein Kunstwerk meine Mutter wieder ein Werk und eine Erinnerung geschenkt, das war ihr immer wichtig, dass sie etwas erschafft, auch nach ihrem Tod. Und das habe ich mit dem Gemälde jetzt gemacht. Ja. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe mit all den kleinen Bilderns du gemacht. Und deine Mutter. Ich habe immer gehört, dass sie die Piano von nebenher. Aber ich wusste nicht, dass sie die actualen Musik geschrieben hat. Oh. Okay, ich werde aus meiner Erinnerung gerissen. Oh, weil er weiß, er hat einen fetten Catch mit mir gemacht. Wo ist denn angekommen? Ja, ich habe das Gefühl, dass ich mich verletzt habe. Ich bin einfach... Ich habe mich verletzt, um eine andere Klasse zu sein. Ich meine, sicher, ich habe Wissenschaftler, ein paar College-Athlete hier oder da. Aber... Oh, ein Internationally-Renowned-Painter? So ein bisschen was mit Hölle und Himmel. Jetzt muss ich meine Kindheit beschreiben. Ich war auf jeden Fall happy. Als Kind, als kleines Kind waren wir happy, ne? Und, äh, was sagst du, was deine Mutter war? Ein Komposer oder ein Accountant? Ein Komposer? Seine Mutter war ein Komposer, der mit der Neid, um ihre Familie zu unterstützen, hat einen Job als Accountant. Oh. Was war sie denn ermutigend? Oder eher, sie war schon beides, aber sie war dann schon eher fordernd, finde ich. Ja. 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 Ja, finde ich schon. Weiß ich, Liebe hatten wir ja gar nicht so viel. Ich hab sie eher als Freundin empfunden. Ich find's für mich, war sie eine Freundin. Ganz schön hart, wie er mit meiner Mutter redet jetzt. Ja. Das stimmt. Deswegen sollte man seine Kids immer machen lassen, was sie erfüllt. Was hatte ich denn eigentlich? Ich war ein ganzes Jahr krank. Und in that year, he rediscovered a talent he'd forgotten. Painting. Sure, he loved finger painting as a child. Color and shape were the first languages he learned to speak. But, for the first time, he saw it in a more serious life. He was accepted into an exclusive arts school, where he caught the eye of an esteemed professor, who launched his work into the national spotlight. They'll be quiet. With expectations on his career mounting, he stalled himself into bankruptcy. Oh, ich bin pleite gegangen. He turned out to be a blessing. For it wasn't until he returned home, to the house he grew up in, that he began working on what would ultimately be considered his masterpiece. Oh, ich hatte Burnout schon als junges Kind. Kass. Ich hatte also Burnout als Kind. Es sind Lügenvögel. Hm. Oh, okay. Okay. Ich sehe gar nicht so gruselige, leuchtende Augen. Okay. Die kommen immer, wenn man lügt. Deswegen schreien die bei ihm die ganze Zeit, weil er lügt. Okay. Voll gruselig hier. Muss ich mich jetzt irgendwie... Warum? Oh, oh. Was besteht mir denn bevor? Komme ich jetzt irgendwie... Wird jetzt irgendwie gejudged, ob ich in den Himmel komme oder nicht? Oder was ist das jetzt hier? Oder was ist das jetzt hier? Oh, oh. Oh, oh. What? Das habe ich denn gemacht? Irgendwas habe ich verheimlicht. Irgendwas habe ich verheimlicht. Die Vögel haben angefangen zu schreien am Ende der Story. Das heißt, es war eine Lüge. Oh Gott. Jetzt muss ich meine Geschichte... Oh. Ich will die Wahrheit. Oh. Oh, scheiße. Okay, hier waren wir. Das ist meine Mutter. Nicht das, sagt er. Okay, ist auch nicht die Stelle, die er meint. Hier war noch alles wahr. Hier auch nicht. Hier war noch irgendwas. Oh, deswegen konnte ich hier nichts machen. Was wurde deiner Mutter bei diesem Anruf gesagt? Weiß ich nicht. Muss ich irgendwas machen? Muss einfach nur nicht blinzeln, ne? Oh Gott, ich muss blinzeln. Ach, jetzt darf ich wieder, oder? Ah, jetzt. Okay, jetzt erfahren wir es, weil ich nicht geblinzelt habe. Hallo? Ja, natürlich. Das ist Elle, seine Daughter. Oh. Oh, was ist das? Ah, der Vater ist gestorben von ihr. Und deswegen hat sie mich gedrängelt. Okay, ich muss weitergehen. Also ihr Vater... Also seine... Sie hat die Erwartungen von dem Vater nicht erfüllen können. Hier ist noch wichtig. Das haben wir auch einfach geskippt. Okay, nicht blinzeln. Da war doch irgendwas. Blut ist da draußen. Seht ihr das? Das habe ich doch damals schon gesehen. Also sie war traurig, weil ihr Vater war auch ein Musiker. Und sie wollte irgendwas hinterlassen. Hat es nicht geschafft. Dann ist er gestorben. Sie wusste kacke. Jetzt kann ich diese Erwartungen nicht... Oh nein, ich habe geblinzelt. Nein! Okay. Okay. Oh Gott. Okay. Ich werde nicht blinzeln. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich werde nicht blinzeln. Ich blinzeln. Ich blinzeln. Ich blinzeln. Ich blinzeln. Das Blut. Was ist da los? Hört sich nach einer Katze an. Nach einem Hund. Okay. Und... Ah! Ah! Ah ja, ah. Oh. Äh. Äh. Die haben die Babykatzen gegessen. Okay. Okay. Listen to him, Richard. I'm enlisting him in that competition. I thought you said competitions took the joy out of playing music. Not if you win. Okay. I like hanging out with you a lot. I'm not worried about who you are. Oh, hier. Would you mind taking a quick walk with me down to my office? Boah, hier sieht man schon ein bisschen mehr. Ja, ja. Oh, hier war noch was. Genau, Augen auflassen. Unverständliche Unterhaltung. Jetzt erfahre ich, was da ist. Oh, jetzt erfahren wir es. Augen zu. Witzig. What's the point? What does that mean? What's the point of any of it? If he's never gonna get any better. Okay. Let's not say that. Okay? We know we don't mean it. I know I don't. I know. I mean, what if he heard one of us saying something like that? I'd never forgive myself. I'd... It's okay. He's asleep. Nein. It's okay. I see. You got sick. Ich wurde krank. Genau, was hatte ich? You howled at the moon. At the top of your lungs. Das sind die Arschlöcher, die die Babykatzen gefressen haben. Die Koyoten. Aber was hatte ich denn? Ich muss mich erinnern, wie krank ich war. Was hatte ich denn? Oh, ne Schreibmaschine. Oh, ne Schreibmaschine. Oh, süß, die Fingerchen. Hi, Mom. Well, hello, Benny. Ach, kann ich nicht mehr reden? It was your grandfather's, but I used it in college to write lyrics. Was ist denn mit mir passiert? So, eine Künstlerin. Oh, was soll ich schreiben? Oh, je. Kann mich nicht artikulieren. Benny Brinns bedeutsames Leben. Wie süß das gemacht ist. So, er hatte eine glückliche Kindheit und wuchst in einem behüteten Zuhause auf. Großgezogen von liebevollen Eltern in einem erstaunlichen Küstenstädtchen. Beschaulichen. Ach, mehr schreib ich gar nicht. Ne, mehr schreib ich. Seine Mutter war eine Komponentin, die als Buchhalter arbeiten musste und ihre Familie ernähren musste. Okay. Okay. So, here I am. But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball. Staying up all night with his best friend and blowing it the next day. Best friend? Okay, Benny. Oh. Das ist hier traurig, weil ich gesagt habe, beste Freundin. Ja, sie sagt auch, ich hätte es ihm eigentlich sagen sollen. Dann hätten wir nicht die Nacht gemacht. Wieder beim Arzt. Okay. Ich werde geröntgt. Es muss irgendwas in meinen Nieren, Lungen. Ich kann nicht reden. Und wieder daheim. Ich kann nicht helfen, aber ich kann nicht helfen, aber ich kann nicht helfen, aber Chloe zu hören, was ich glaube, deine Geschichte die letzte Nacht war. Ich weiß, ich weiß. Ich versuchte mir, dass ich nicht eavesdroppen würde, aber ich würde wirklich lieben, wenn du es liebst, wenn du es mir lasst. Oh. Oh, sie wird es lesen. Ja, darfst du, natürlich. Wie süß. Klar. Ah, die Geschichte hat sie jetzt gelesen. Das ist ein MRT, sorry. Hey, B. Ich wollte, dass du wissen, dass die Mutter deine Geschichte liebt. Sie ist einfach... Ich glaube, es war einfach sehr emotional, um sie zu lesen. Aber ich dachte, es war groß. Schau an das. Seine Kindheit war ein glückliches. Er hat sich in einem liebenden Haus, ergetauscht von liebenden Eltern, in einem quaint-Village Ja, aber was steht noch drin? Ja, die verheimlichen die Story. Was ist wirklich passiert? Oh. Benjamin Brin war ein Verlierer. Er war der mieseste Brin von allen. Das ist das, was sie noch geschrieben hat. Er kämpfte nicht mal gegen seine Krankheit. Oh. Er legte sich einfach hin und starb. War das jetzt ihr Vater? Über den ich das schreibe? Oder über mich? Über mich. Über mich. Ich schreibe über mich. Ich sterbe jetzt gerade. Der Virus oder die Krebszahlen, was auch immer es ist, töten mich gerade. Unverständliche Unterhaltung im Zimmer nebenan. Augen zu. Wenn er immer in pain ist, all er muss, ist pressen das Red Button, und dann wird der Druck das selbst verabschieden. Danke so viel. Ich weiß, wie meine Frau würde normalerweise gerne zu bedanken. Nein, ich verstehe. Es hat sich die Mütze die meisten, das so etwas zu tun. Danke für das zu verstehen. Es hat sich... 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 Oh je, ich seh immer diesen Tod vor mir, ne? Meine Medikamente. Also war die ganze andere, die Möwen, die doch die Lügen erzählen, haben doch angefangen zu schreien. Als ich erzählt habe, dass ich ein bekannter Maler geworden bin. Das heißt, ich glaube, ich sterbe und habe mir das alles nur ausgedacht. Voll traurig. Hey, Eddie. Okay. Oh Gott, das ist erbärmlich. Oh, er ruft an. Hey, this isn't funny, you know. What? You're too scared to talk to me? Well, just so you know, I know you're faking. Because if you were really sick, like actually sick, you'd have told me already. I happen to actually know about this stuff. So the fact that you are faking, just so you don't have to go to school with me. Oh my God, so dumb in those. I don't know if you're embarrassed about our night at the beach together, so you're avoiding me or what. But I just wanted to call to say I really don't appreciate being lied to. And it's not that I need your help in history class, you know. I actually never needed your help in history class. And I just pretended, because you were clearly really lonely and you had no friends. And it was like New Year's resolution to be nicer to the people. Oh, danke. So, I just wanted to say that you've reminded me why I wasn't nice to people. Oh, dumme Nuss. Kann man das nicht anhören? Sie waren nur nett zu mir, weil ich einsam war und wollte netter sein zu Leuten. Und behauptete, ich lüg sie an. Oh je, ich glaube, dass ich halt einfach das Ganze alles erlogen habe. Weil ich halt etwas Besonderes sein wollte für sie. Oh, jetzt werde ich unterst... Oh, und jetzt hänge ich hier auf einmal am Tropf. Keep playing, B. She's listening. Ist die Mutter jetzt schon tot oder lebt die noch? Ups, jetzt habe ich geblinzelt. Die Mutter lebt noch, oder? Oh, immer mehr Maschinen. Mir geht es immer beschissener. Oh, ist so grausig. Es ist so schrecklich gerade. Das Spiel hat sich so schrecklich entwickelt. Oh, und die Katze will rein und ich kann... Und guck mal, die Katze sorgt dafür, dass ich kurz mein Virus vergesse. Eine Krankheit. Oh, get well soon. Oh je, oh je, oh je. Scheiße. Oh, es wird immer schlimmer. Guck mal, geht es immer schlechter. 29, ich vermisse die Calls. Mir geht es schlecht. Sie verurteilt quasi jetzt den Vater, dass ich nicht gesagt habe, der Chloe, dass ich so krank bin. Oh je, der Krebs oder was auch immer ich habe, wird schlimmer. Jetzt entschuldigt sie sich, sie wusste halt nicht, ne? Ich bin schon nicht mehr anwesend. Don't look up there. Look at me. I'm talking to you. Sorry. I want to give you something. But I think I don't want to be in the room when you see what it is. Okay. So maybe if you close your eyes, I can give it to you. And I'm going to leave. Okay. Okay, 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 okay. Du bist mein bester Freund. Alles Liebe, Chloe. Oh. Süß. Oh, shit. Oh, guck mal, ich kann schon kaum mehr mich bewegen. Oh, das ist so schlimm, das Spiel. Ich kann mich schon gar nicht mehr. Unverständlich Unterhaltung. Ich kann mich immer schwerer bewegen. What is that? It's something new I'm working on. So you're writing again. Ah, it's just a melody that came to me. It feels good to play it. It's sad. Yeah, well, that would make sense. But do you like it? I mean, yeah. I love everything you do. What do you like about it? Ah, not this old trap. Go on. I'm waiting. Well, it made me feel like... Like... Like, if the unspeakable darkness I'm carrying can be so well expressed, maybe it's not so unspeakable. Nailed it, didn't I? Yeah. I mean, that was pretty good. Oh, schrecklich. Ich krieg jeden Tag nur Toast. Oh. Kann ich mehr. Oh, schrecklich. Die Krankheit vor dem Gesicht. Ich nehm keine Medikamente mehr. Ich kann nicht mehr. Was hat denn meine Mutter jetzt? Auf einmal hat die einen Herzinfarkt bekommen. You know, for a while now, I've wondered if I'm just not a good enough storyteller. If I just don't have grand enough words, can't tell grand enough stories. But grand words and stories, I think they may be overrated. Und wenn wir Glück haben, kommen wir in den Himmel. So süß, die Story. Oh, wie schön. Ich glaube eher, dass so wie sie sah, dass er starb, dass ihr das Herz weh getan hat. Das kann auch sein. Dass sie quasi beim Tod jetzt dabei war und es nicht ertragen hat. Schrecklich. Ich habe Angst, wenn er gesagt hat, ich werde sie erkennen, wenn ich sie sehe. Ich sehe aber nichts. Oh, da. Das ist eine Katze. Sie hat Hörner. Ist aber nett. Okay, jetzt muss ich ihr nochmal alles zeigen. Oh Gott. Ach, das. Ich habe dir nie erzählt, wie viel ich deine Geschichte lief habe. Es ist wirklich so imaginativ. Und die Person, die du übernimmst, ist so ein interessanter und intensiver Mann. Mein einziges Problem war, dass ich ihn nicht sehr lief habe. Also, ich wollte dir etwas erzählen, was ich für dich geschrieben habe. Oh, ich habe halt über mich schlecht geschrieben, dass ich halt so ein Versager bin. Und sie hat mir nochmal eine Geschichte geschrieben. Oh, da ist er wirklich. Voll süß, sie hat für mich nochmal eine nettere Geschichte geschrieben. Ach, das, was ich dem erzählt habe. Oh, okay. Okay. Und wie, selbst wenn er sick war, er immer noch gebt hat seine Eltern Hoffnung. Wie er ihnen ihnen erinnert, genau wie sie waren. Nachdem sie fast vergessen haben. Also, als er wusste, er ging, er war okay. Denn er hat bereits eine großartige Leben. Eine volle Leben. Und er war alles, was er brauchte. Just wie er war. No. Lass mich in den Himmel, Mann! Ja. Seine Augen zu und lass sie jetzt zu. Würde dich hineinlassen. Aber warum bevor your eyes, bevor deine Augen sich schließen? Boah. Intens. Vor deinen Augen, heißt es. Puh, jetzt habe ich Pipi in den Augen. Was für ein schreckliches Game. Oh Gott. Das ist ja fürchterlich. Also, es ist geil, aber es ist, boah. Es ist intens. Also, es ändert mich jetzt echt noch mal gecatcht. The game is dedicated to my father, Robert Jillian, the man who taught me how to play. Auch Süßes hat sogar noch so ein bisschen wahre Begebenheit. Oh. Was für ein tolles Spiel. Aber wie traurig. Um Himmels Willen. Ich mach mal kurz Pause. So, Leute, ja. Im Prinzip haben wir dem auf dem Schiff die Geschichte erzählt, die wir geschrieben haben. Wir wurden also mit elf krank. Haben halt gedacht, okay, wir schreiben jetzt die Geschichte, wie wir uns wollen, wie wir unser Leben leben würden. Er wurde Künstler, hat seine Mutter doch noch irgendwie happy gemacht. Krass, dass er trotzdem den Tod seiner Mutter in die Geschichte mit eingebunden hat. Weil die ist ja gar nicht gestorben, aber okay. Ähm. Ja. Und dann kam raus, wir lügen. Und deswegen haben wir auch diese Vögel dann angefangen zu schreien, ab dem Part der Geschichte, als der Seemann das erzählt hat. Und dann haben wir unsere wahre Geschichte erzählt. Und unsere Mutter hat uns diese wunderbare, rührende Geschichte erzählt, wie unser Leben jetzt war, dass es okay ist zu gehen. Ähm. Jetzt läuft der Wasserfall. Weil ich finde halt, das Spiel zeigt so viel, auf so vielen Ebenen, weil wir haben nämlich vorhin auch voll viel über diese Oberflächlichkeiten geredet und Essstörungen, alles was Leute beschäftigt. Wenn man mal wirklich krank ist, sieht man, was wirklich im Leben zählt und wie dankbar wir für unser Leben, unsere Gesundheit sein können. Und wie schnell die Zeit vorbeigeht. Wie ein Augenschlag. Und deswegen sollten wir die jetzige Zeit gut nutzen, mit Leuten, die wir lieben, verbringen. Auch wie mit dem vorhin, dass wir nicht ans Telefon gegangen sind, als der Mutter schlecht ging, dann ist sie gestorben. So viele tolle Messages in einem Game. Und hab mich wieder zum Pipi-Machen gebracht. Wäre ich allein gewesen, hätte ich voll geheult. Ich hab mich jetzt zurückgehalten. Aber krasses Spiel. Echt. Also super toll. Danke für alle, die es mir empfohlen haben. Das sind Spiele, die wirklich einen zum Denken nochmal anregen und zum Denken nochmal bringen. Und ja. Intens. Also die Community sagt auch, sie haben alle Pipi in den Augen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel gefunden habt. Ähm. Was sind eure Interpretationen? Habt ihr euch vielleicht in anderen Dingen anders entschieden? Hätten wir den Klavierkurs geschafft, wenn wir nicht mit ihr am Strand gewesen wären? Ich glaube nicht. Aber wunderschönes Game. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich so ein tolles Spiel spielen durfte. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Aber würde ich mich sehr freuen. Ja, und wir äh, ruhen uns jetzt erstmal ein bisschen aus. Äh, nach diesem sehr, sehr emotionalen Game. Vielen Dank. Ja. 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 Wow.